Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 23 Sekunden noch eine kleine Info zu den ganzen Gratis-Items. Denn viele haben mich gefragt, wann bekommt man das Ganze. Es kann sein, dass das Ganze bis zu 30 Tage dauert, dass man das Ganze dann bekommt. Aber ab heute wird das Ganze dann an uns verteilt. Es kann sein, dass einige von euch das Ganze heute schon bekommen oder morgen. Aber es wird ein bisschen dauern, bis jeder von euch das Ganze bekommt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Info ein bisschen weiterhelfen. Ich bin gespannt, was jetzt reinkommt. Okay, keine neuen Items heute. Okay, wir haben keine neuen Items. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Die Superhelden-Skins haben den Shop verlassen. Schade, dass wir nichts Neues haben. Aber dann schauen wir uns hier mal die ganzen Skins an. Agent des Chaos ist ein sehr, sehr nicer Skin. In der ersten Variante. In der zweiten Variante gefällt er mir nicht so, muss ich sagen. Ist zwar ganz cool animiert, aber würde mich im Spiel stören. Dann gibt es hier die passende Spitzhacke. Kann ich empfehlen. Sehr nice. Hat auch einen coolen Sound und sieht echt heftig aus. Was haben wir hier? Die Lackierung für 500 V-Bucks. Ja, geht so halb. Ja, wohl doch. Doch, die geht fit. Warum nicht? Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist mal wieder ein kopiergeschützter Emote. Ist ein nicer Tanz. Ich glaube aber auch eine nice Musik. Muss ich mal ganz kurz abspielen. Ich glaube, ich weiß, welcher Beat es ist. Ja. Niceer Beat. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier Eiskönigin. Sehr, sehr schöner Skin. Hat insgesamt vier Stile. Einmal hier in Blau. Dann einmal hier in Schwarz-Rot. In Silber. Sieht auch sehr, sehr heftig aus. Und einmal hier in Gold. Sieht auch schon mächtig aus, muss ich sagen. Krass. Backlink, genau das gleiche Spiel. Einmal hier Blau. Einmal hier Rot. Für mich wäre das irgendwie Rot. Aber die schreiben hier Schwarz. Dann einmal hier Silber. Und dann einmal hier Gold. Was gibt es noch im Set? Eine Spitzhacke. Okay, die ist auch nice. Der Sound ist auch nicht schlecht. Einmal hier. Ich würde am liebsten Rot sagen. Aber hier steht Schwarz. Silber. Und einmal hier in Gold. Was haben wir hier? Mopsa. Für 1,5. Lustiger Skin. Hat, glaube ich, drei Stile. Einmal hier so festlich. Nice. Und dann haben wir hier einmal Miliz. Ich finde sogar den letzten irgendwie am besten. Was haben wir hier noch? Hundetasche. Für 200 V-Bucks. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Hundeknochen. Ich glaube, auf Dauer könnte der Sound ein bisschen nerven. Aber an sich nice Spitzhacke. Ansonsten hier noch die passende Lackierung. Wuff. Ja, ist eine ganz normale Standardlackierung. Nicht animiert, aber für den Preis ganz in Ordnung. Dann haben wir hier Sanctum. Ja, ist schon mittlerweile echt langweilig. Was haben wir hier? Kleine Schritte ist nice. Ich schaue mal kurz nach, ob wir was Seltenes haben. Ich glaube aber nicht, dass heute irgendwas ansatzweise selten ist. So. Was haben wir denn hier? Eintag, Eintag. Ja, obwohl. Obwohl. Ja gut, 118 Tage ist das seltenste. Und es wäre ganz genau einmal hier das ganze Hundeset. 118, 118, 118, 118. Zuletzt im Shop der gewesen. Also an Tagen 118 Tage. So, dann machen wir hier weiter. Okay, die ist auch nicht schlecht. Cooler Skin gefällt mir für 800. Da finde ich die Golfspitzhacke die erste viel, viel besser. Ansonsten gibt es hier noch Dschungelsperren. Auch nichts Seltenes, wie ich hier gerade sehe. 30 Tage alt. Was haben wir hier noch? Hier eine Überladung. Auch ganz cool. 49 Tage alt. Ansonsten war es das auch hier schon mit dem Shop-Video. Und dann war es das auch hier schon mit dem Shop-Video.